Hallo, hallo, ich bin's wieder, euer Karian und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2016. Ich weiß, es läuft schon seit einiger Zeit, aber nachdem ich meinen Brickclip erfolgreich und ohne Probleme hochgeladen habe, dachte ich mir, naja, dann kann ich mir jetzt eine Pause gönnen nach der ganzen harten Arbeit und deswegen habe ich bis zu den Rest der Ferien nichts gemacht. Und nachdem die Schule dann direkt wieder losging, ging es dann auch direkt von 0 auf 100 los und hatte wirklich viel um die Ohren. Aber jetzt habe ich wieder Zeit und deswegen mache ich das Video für euch. Und ja, ich möchte sagen, es freut mich einfach sehr, dass mein Brickclip so gut angekommen ist. Es haben schon einige Leute gesehen, noch nicht alle, aber einige schon. Und er wurde überwiegend positiv bewertet und einige Leute haben auch wirklich klasse Kommentare geschrieben. Das freut mich einfach riesig. Dann denke ich, auch meine Arbeit wird hier geschätzt. Dann bin ich auch natürlich motivierter, neuere Sachen zu machen. Und ja, so kann ich definitiv sagen, bei mir hat das Jahr 2016 damit auf jeden Fall ziemlich gut angefangen. Tja, was möchte ich sagen zum Jahr 2015? Wie war das denn? Es war Teil so, Teil so. Denn einerseits war es ein sehr schönes Jahr, denn ich habe zwei Brickclips hochgeladen. Und andererseits war es dann wiederum nicht so schön, weil ich wirklich wenig Zeit hatte und wirklich sehr, sehr wenig hochgeladen habe. Das fand ich dann nicht so schön. Andererseits habe ich auch teilweise dann meinen Vorsatz eingehalten, nämlich ich wollte mehrere Kommentare schreiben. Wenn ich dann online war, habe ich dann auch Kommentare geschrieben. Und immer wenn mir Leute irgendwie, sage ich mal, auch Anfragen gemacht haben nach dem Motto, kannst du mal bei mir vorbeischauen? Ich mache auch Brickfilme oder so und den bewerten. Dann habe ich das dann auch gemacht gerne und auch wirklich, sage ich mal, länger als zwei Zeilen ein bisschen, sage ich mal, genaueres Feedback gegeben. Und das hat mir auch Spaß gemacht und das möchte ich natürlich auch so weitermachen. Und es freut mich natürlich auch selber, wenn ich längere Kommentare bekomme oder, sage ich mal, Vorschläge oder, naja, wisst, was ich meine. Natürlich könnte man sich fragen, was sind jetzt deine Vorsätze für das Jahr 2016, falls du welche hast. Und ja, ich habe welches, ich habe mal kurz darüber nachgedacht. Ja, ich möchte einfach mehr, sage ich mal, Real-Life-Videos machen. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich meine jetzt nicht von mir. Ich möchte mal einfach wieder das machen, was ich früher öfters gemacht habe, nämlich mehr Mocs bauen und die euch natürlich zeigen. Ich möchte mehr, sage ich mal, Tutorial-Videos oder How-to-Make-Videos machen. Das heißt, zeigen, wie man etwas baut, zum Beispiel ein Speeder mit Sachen, die ihr ganz bestimmt in eurer Kiste habt. Mehr Reviews machen, da gibt es jetzt ja die neueren Sets oder komplett die ganz neuen Sets und da gefallen mir auf jeden Fall ein paar. Da gucke ich auf jeden Fall noch genauer nach. Ich möchte einfach wieder, sage ich mal, ja, mehr, sage ich mal, selber filmen, als irgendwelche Bilder aus dem Internet zu nehmen und, sage ich mal, irgendwelche Infovideos oder so zu machen. Und ich möchte es einfach versuchen und natürlich möchte ich auch wieder versuchen, ein bisschen mehr Videos für euch zu machen, weil das macht ja meistens euch Spaß und mir auch. Bloß bei mir ist es eben das Problem mit der Zeit. Und ich freue mich einfach sehr auf das Jahr 2016. Ich weiß nicht, was es mir bringen wird, aber eine Sache könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Ich werde mir Mühe geben, dass es mehr Videos kommen und natürlich wie immer bessere Videos. Es wird auch noch Überraschungen kommen und naja, mal schauen. Vielleicht werde ich ja irgendwie die Motivation oder die Idee haben, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, auf einmal einen Brick-Film starte oder wieder einen anderen Brick-Clip. Mal schauen. Ich weiß es auf jeden Fall nicht, was mir das Jahr bringen wird. Ich habe auf jeden Fall auch noch keinen richtigen Plan, weil das Jahr hat ja auch gerade eben erst angefangen. Und ja, deswegen kann ich sagen, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Jahr. Und ich möchte nämlich noch bei einer anderen Stelle bei euch bedanken. Ich schreibe es meistens in meine Videos, unten in die Beschreibung. Aber jetzt möchte ich auch sagen, ich möchte sagen, vielen Dank für über anderthalb tausend Abonnenten. 1.500 Abonnenten. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Das freut mich einfach nur riesig. Und auf YouTube für, sage ich mal, jemanden im Bereich Lego oder besonders Lego Star Wars ist das wirklich schon eine ganze Menge. Und ich sehe diese Zahl und es ist wirklich, wirklich riesig. Das ist einfach unbeschreiblich und ich freue mich einfach riesig. Und ich überlege auch, ob ich ein Special mache und vor allem, was ich mache. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich möchte euch einfach sagen, danke dafür. Es freut mich einfach, wie vielen Leuten es Spaß macht, meine Videos zu schauen. Und natürlich macht es mir auch Spaß für euch, diese Videos zu machen. Noch einmal auf jeden Fall danke, danke, danke. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das Jahr bringt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. Und ja, noch kleine Tipps. Wenn ihr natürlich die neuesten Informationen haben wollt, dann mein Tipp, wie immer, schaut auf meinen Kanal unter uns. Wenn es irgendwas, was Wichtiges gibt, ein neues Projekt wird gestartet, ich bin irgendwie offline oder habe wenig Zeit, dann schreibe ich das dorthin meistens. Und dort könnt ihr das zum Beispiel nachschauen. Und natürlich schaut auch in die Beschreibung der Videos, denn dort schreibe ich auch meistens wichtige Sachen hin. Zum Beispiel, wenn irgendetwas Besonderes in den nächsten Tagen kommt. Oder zum Beispiel, wenn irgendwelche Informationen zu meinem Brickfilm, da schreibe ich meistens hin, wie das alles gemacht wurde, womit gearbeitet wurde. Und somit könnt ihr euch wahrscheinlich dann Fragen ersparen und einfach dann also in die Beschreibung schauen. Es lohnt sich. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die tolle Unterstützung von euch. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.